Die Abu Banihops ist eine neue alte Windel, ich hatte sie 2022 im Praxistest ausführlich ausprobiert. Wenige Monate danach war sie zumindest hier in Europa von der Bildfläche verschwunden, überall ausverkauft. Das hat sich bei dieser Windel geändert, zumindest für eine Variante. Wusstet ihr, dass sie von Abu in zwei Varianten herausgebracht wurde? Man kann sie sowohl mit vier Klebern kaufen, was zwei pro Seite entspricht und der Standard im ABDL-Bereich ist. Ein paar wenige probieren es mit nur zwei Klebern. Also einem statt zwei pro Seite. Die wo es mit zwei Klebern gibt, sind dann aber meistens exklusiv so erhältlich. Nicht so bei der Banihops, sie gibt es in beiden Editionen. Jeweils die gleiche Windel, nur eben mit vier Klebern oder der Hälfte davon. Auch wenn das bisher kein großes Thema zu sein scheint, zumindest beobachte ich keinen großen Streit darüber. Aber so hat jeder die Wahl, was ich grundsätzlich gut finde. Wer sich auf die Banihops mit insgesamt zwei Klebern gefreut hat, muss sich jedoch leider etwas enttäuschen, sie ist nach wie vor ausverkauft. Selbst im eigenen Shop von Abu kann man sie nicht mehr kaufen. Allerdings ist sie dort immer noch gelistet, was daran liegt, dass Abu die Produktion nicht komplett eingestellt hat. Die Banihops mit zwei Klebern ist im Dipe-Wort. Das bedeutet, sie wird eine Zeit lang nicht hergestellt. Allerdings nur als eine Art Pause, Abu möchte sie nicht aussterben lassen, sondern laut dem Hersteller selbst sollen die meisten der Windeln wieder zurückkehren und ein Upgrade bekommen. Welche Windeln das sein werden und wann genau, verrät er jedoch nicht. Ich denke, das macht Abu mit den Produkten, die sich nicht so gut verkaufen. Aber kein totaler Flop sind. Das Upgrade ist dann sozusagen ein zweiter Versuch, ob die Windel dann besser läuft. Doch es gibt auch gute Nachrichten, sogar zwei, die Banihops mit vier Klebern sind wieder lieferbar. Ich denke, das wird die Mehrheit von euch freuen. Zumindest laut euren Kommentaren mögen die meisten von euch lieber vier statt zwei Kleber. Die zweite liegt im Preis, sie kostet nur noch 31,95 Euro und ist damit ein ganzes Stück günstiger geworden, als zum Zeitpunkt meines Praxistests vor einigen Monaten. Da lag sie mit 34,95 Euro noch 3 Euro drüber, was bei 10 Stück Inhalt einen Unterschied von 30 Cent pro Windel ausmacht, also nicht wenig. Und übrigens gibt es noch mein Rabattcode WINDELTV10 von Dalperminister aus den Praxistest-Videos zur Lil Soaker und Teddys Ultra. Er kann einmal pro Kunde eingelöst werden, gültig auf alle Artikel. Durch den günstigeren Preis verbessert sich auch mein Fazit, weil ich sie zum alten Preis doch etwas arg teuer fand. Wenn gleich die Windel selbst nicht schlecht ist, hochwertig bedruckt und mit Klettverschlüssen kann sie sich schon rein optisch sehen lassen. Falls ihr genaueres wissen möchtet, schaut euch gerne das Praxistest-Video an, welches ich euch verlinke. Zwei oder vier Kleber, welche Variante gefällt euch besser? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Zwei oder vier Kleber, welche Variante gefällt euch besser?